herzlich willkommen zu den news aus dem april wir sind leider ein paar tage später weil wir einen erfolgreichen online gmm durchgeführt haben diesen könnt ihr euch aber über neun stunden lang im stream anschauen den link geben wir euch unten in der beschreibung vom video deutschland willkür und keine ahnung herrscht immer wieder durchsuchen beamte shops und beschlagnahmen hanfprodukte die eigentlich legal sind bgh urteile werden einfach ignoriert und im grunde kennt sich ohne ihn keine aus wie unklar und wie schlecht reguliert die gesetzliche lage von nutz hampf blüten ist zeigt eine begebenheit die sich im april zugetragen hat aus der schweiz sollte eine menge von 305 gramm von hanfblüten mit einem thc gehalt von weniger als 0,2 prozent nach deutschland importiert werden unter der berücksichtigung sämtlicher zollrechtliche abklärung und anforderungen dennoch beschlagnahmen die zollbehörden die blüten sie haben den verlust ja leider nicht zu tragen heute wurde von der gesundheitsbehörde bei der firma hamfner reklamiert dass zu wenig cbd in einem duschgel sei auf anfrage wie viel cbd denn enthalten sein soll bekam er die antwort des beamten das wüsste er auch nicht genau näher viele unternehmen unternehmer werden in den ruinen getrieben also einer wahnsinnigen willkür die in deutschland herrscht man ist vor den launen der beamten ausgesetzt dementieren auch die rechtsanwälte japan rekord an cannabis delikten die zahl der cannabis delikte stieg im vergleich zum vorher um 713 was ein anstieg von in sieben jahren in folge darstellt und überstieg zum ersten mal die zahl von 5000 fällen 4.121 delikte handelt es sich um den besitz von cannabis bei 274 ging es um den verkauf und in 232 fällen sogar den anbau von cannabis die internationale polizeibehörde warnte und versprach zugleich cyberpatrouillen zu verstärken und gegen drogengeschäfte über soziale medien vorzugehen der besitz von cannabis zum zweck des eigenbedarfs kann in japan bis zu fünf jahre freiheitsentzug sowie zusätzlich und in jedem fall zwei millionen strafe also gut 15.000 euro bedeuten dubai amerikaner wegen cannabis verhaftet eine 51 jahre erkrankte einen tag nach der ankunft in dubai an einer entzündung der bauchspeicheldrüse so dass sie in ein krankenhaus eingeliefert werden musste im zuge der behandlung wurde auch eine urinprobe genommen und analysiert wobei spuren von thc nachgewiesen worden konnten wie es das gesetz in dubai vorschreibt setzten die behandelnden ärzte die polizei über das ergebnis in kenntnis am tag seiner entlassung besuchte schließlich die polizei das krankenhaus und inhaftierte ihn für drei tage nach seiner freilassung wurde der 51 jährige mehrmals von der polizei vorgeladen und darüber befragt wann und wo und wie die cannabis wirkstoffe in seinen körper gelangten die derzeitige lage des us-amerikaners ist prekär er steht in seinem hotel unter hausarrest und darf das land nicht verlassen bis die staatsanwaltschaft entscheidet ob er sich ein gerichtsverfahren wegen verstoßes gegen das hamf verbote stellen muss der prozess die schuldigung die presse sagte der beschuldigte ich war absolut fassungslos als ich erfuhr dass ich wegen cannabis resten in meinem körper angeklagt werde ich habe es schon in amerika legal geraucht lange bevor ich ins flugzeug stieg schweiz die legalisierung rück näher cannabis soll in der schweiz innerhalb gesetzlicher leitregeln für den markt legalisiert werden die gesundheitskommission die gesundheitskommission des nationalrats gab am freitag einer entsprechenden parlamentarischen initiative grünes licht die regelung soll auf einem cannabis pilotversuch basieren diese arbeit wird gemäß der kommission einige zeit beanspruchen bei der gesetzgebung will sie auf den pilotversuch mit der cannabis abgabe aufbauen der initiator gab als begründung seine initiative an 300.000 personen würden in der schweiz regelmäßig cannabis konsumieren das verbot der substanz im betäubungsmittelgesetz habe damit das ziel die bevölkerung zu schützen klar verfehlt usa virginia legalisiert cannabis als erster südlicher us-staat die kongressabgeordneten stimmten den gesetzänderungen am mittwoch zu der besitz und anbau von cannabis wird ab juli 2021 legal sein der gouverneur von virginia äußerte sich wie folgt geschichte schreiben und gerechtigkeit wiederherstellen für diejenigen die unter der jahrzehnten langen kriminalisierung zu leiden hatten ja und aus washington dc kommt auch noch eine meldung die arbeitsgruppe der federal cannabis regulations veröffentliche ihre grundsätze die gruppe die sich aus gegenwärtigen und ehemaligen cannabis regulierungsbehörden angehörigen der gesundheitsberufe befürworter der strafrechtsreform anwärten für bürgerrechte und führungskräften der branche für soziale gerechtigkeit zusammensetzt überlegt wie eine gerechte und gerechtere regierung aussehen könnte wenn wir uns der föderalen legalisierung von cannabis in den usa nähern ist es dringender denn je ein rechtsraum zu schaffen der sowohl die schäden des verbots umfassend angeht als auch gerechtere zukünftige ergebnisse gewährleistet ein link zum durchlesen der grundsätze packen wir euch in die video beschreibung ja und auch noch eine neuigkeit aus österreich das grazer kunstprojekt wir haben kürzlich darüber berichtet nun folgt das urteil freispruch für die beiden künstler eine kunstaktion hat am freitag die beiden künstler carada und werner schimpf vor ein grazer bezirksgericht gebracht sie mussten sich wegen angeblichen suchtgift anbau verantworten und wurden nun zum glück freigesprochen ich sehe keinen vorsatz eines unerlaubten suchtmittelkonsums so die zuständige richterin da sie beruflich mit vielen cannabis konsumenten zu tun habe sei sie zwar nicht für die legalisierung aber die diskussion darüber darf stattfinden sie habe das projekt als kunstwerk erkannt und daher gab es natürlich den freispruch die staatsanwaltschaft gab keine erklärung ab das urteil ist damit nicht rechtskräftig ja in diesem sinne verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten mal abonniert uns und bleibt gesund abonniert uns und bleibt gesund